Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Minecraft Obscurity mit Link und Rothermoon. Einem wunderschön. Und der Assistenz-Fee! Äh, nee, ich bin Engel, stimmt, ich hab ja keine Feenflügel mehr, weil die grässlich aussahen. WTF. Ich meine, natürlich, die waren wunderbar. So, das, das, das. Das dauert, oder? Das dauert. Boah, mein Redstone ist alle, deswegen macht er nicht weiter. Plupp. Plupp. Plupp, 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 weitermachen. Ja, mal gucken. Mir bleibt genau ein Zucker übrig, ich hab ein Zucker mehr drin als alles andere. Ah, zehn halten einen schon ganz schön lange auf. Das ist, wenig ist es nicht. Mal einfach mal ganz ins Deckel gucken, wo ich ja da machen kann. Warum läuft das denn jetzt mit dem Meister-Blut-Op nicht? Karma? Ja, unten will mit dem Meister-Blut-Op nichts machen. Vielleicht brauchst du da keinen Meister-Blut-Op. Ich mach doch Katalysator, genauso wie du auch. Achso. Ja, das ist ein Blut-Op des Erz-Magers. Ja, hab ich jetzt reingetragen wieder. Achso. Und dann läuft's wieder. Das ist seltsam. Egal. Einen Kopf drum machen. So, damit haben wir die, dann müssen wir zunächst das da machen. Das heißt, ich brauch wieder schwache Bindemittel, alles klar. Bei den Bienen hab ich mal zwei Quests abgeschossen. Was? Krasse Sache. BAM! Äh, was? Achja. Das muss mal gesagt werden. Ja. kein problem sprich dich aus sprich dich aus sprich dich aus sprich dich aus das dauert so lange da habe ich ja noch welche so dass er noch rein und dann bin ich fast fertig mit dem ersten von diesen den anderen wirst du auch tausend von den katalysatoren brauchen ja war ja klar ja deswegen stelle ich kein ganzes dick her von dem ersten ich frage mich ganz ehrlich wenn man so da steht und die ganze zeit dasselbe macht so wie ich halt letztens mit dem blumen wer sich sowas anschaut warum schaut euch das anders müsst ihr mal echt mal in die kommentare schreiben es wird mich echt interessieren nein dass er keine aufforderung zu gehen die 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 ja mit dem erst mal gegen dingens geht es nur das ist komisch aber hauptsache der link hat nur so viel bewässert dass er seine menge zusammen bekommen hat an diesen blöden dingen jungen nicht mehr nicht weniger ich hole uns mal zucker also willst du mich verarschen hier neuen staub brauche ich stell mal her 20 stück braucht zwar nur einen aber man kann mal 20 stück herstellen ja mach ich manchmal auch dass ich mehr hersteller als gebraucht wird je nachdem was es ist ich kann hier nichts herstellen das ist eine scheiße hier danke ach nee das ist falsch was ist falsch ach ich habe nur ein rezept noch nicht richtig gehabt so so jetzt ich muss ja jetzt noch diese kleinen nubschicht da herstellen ich bin immer noch im kraften von einem einzigen block einfach was braucht braucht man da so viel dafür oder was krass und ich habe halt schon alles so shift klick machen noch ein mehr das dauert schon ewig hört sich witzig an was ist das dann für ein block davon 5 ein ludicry block ja aber was macht der ludicry block nichts 10 wieso macht man ihn dann dann kriege ich jeweils 5 mal 10 davon 5 5 5 5 5 ja 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 vielleicht ja ja aus dieser hülle 1 2 3 4 5 was denn wir kommen hier raus ja das dauert noch ddd hatt ich noch irgendwo Knochenmehl hatt ich doch noch irgendwo ich weiß das ist da 1 2 3 4 5 und auf vier und der drötelt immer noch ja kein guter mehr noch mal einbauen das viel arbeit zu einem herzustellen packt da oben dämonen schatten aber ich habe ein paar wie kommt man an die du nimmst dieses schwert hier das sieht aus wie ein schwert und tötet das monster hier das hier warte und einfach irgendwelche monster töten wie sieht das aus wie ein knochen oder was du kannst auch so ein schwert machen wenn du so ein rechtskrieg machst siehst du dann kostet aber wieder blut okay und dann musst du monster töten interessent max man braucht immer blut ja ja gut das ist blut magie ne macht sinn klingt komisch ist aber so wärt das eine schöne erleitung für den ausklang der folge aber ist nix weil folge noch gar nicht lang geht wieso wir haben nicht 18 Minuten gemacht dann können wir die auch mal 7 Minuten machen wow mal was neues oder mal was neues genau nee dann kann man das ja nicht voll monetarisieren Spaß so okay wo ist denn mein Meister Orb ist der fertig? ja voll mach ich ihn so lange da rein so ah hier oben ist auch der Orb fertig ja perfekt aber warte mal warte mal warte mal wenn du mir die wenn ich die jetzt wenn ich die dir doch nicht gebe sondern jetzt weiterverarbeitete dann zählen die ja immer noch für die Quest oder? musst du ja jetzt nicht behalten brauchst du diesen durchschnittlichen Verlängerungskatilisator oder was? ja ja du hast einmal hergestellt die sind doch im Quest drin ist alles gut ja dann darfst du sie mir die hat das gut erkannt darfst du sie mir wieder geben jo weißt du was das geile ist? nein ich darf jetzt nochmal 5 herstellen ein bisschen damit ärgere ich mich die ganze Zeit hier rum weil das nächste Ding halt einfach aus 5 äh aus 10 solchen Dingern besteht boah Link ohne Scheiß was machst du hier für nen Käse? und du hattest mit deinen Blumen weißt du ja schon ey das macht doch keinen Spaß also nee sorry ja das macht wirklich keinen Spaß øhhh ich brauche noch so ne Meisterscheiß Ding hier ja toll ich habe ja kein Eis ich muss erst mal Eis hier wieder herstellen oh Gott wo ist er denn jetzt angestellt wir brauchen noch ne Lehrlingsgubow ich hab n paar davon mittlerweile schon wieder Ja, weil immer in Emerald da reinfällt. Nee, gerade nicht. So, jetzt habt ihr wieder Bild. Entschuldigung. Äh, so, wie viel brauche ich noch mal? Für fünf brauche ich zwei Eis. Das sind jedes Mal... Das sind zehn. Okay. Ach ja. Das sind zehn. Okay. Packen wir das da schon mal rein? Aber weil man Wassereimer ja nicht decken kann, darf ich das jetzt immer per Hand machen? Oh Gott. Okay. Ah, das muss dann raus. Ja, ich weiß nicht, warum man da ohne Scheiß, warum man da fünfmal das reinpackt, ne? Das verstehe ich nicht. So, ich habe jetzt den Katalysator. Das ist konzentrierter Katalysator, muss ich jetzt erstellen. Dafür brauche ich gestärkter Katalysator, gebrochene Knochen und Gold. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gebrochene Knochen. Ich bin dann gespannt, wo ich das herkriege. Gebrochene Knochen. Eieiei. Ja, ich sag's dir. Ich muss eben nicht den Mond töten gehen, oder? Gold, 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 Gold brauche ich. Hier haben wir noch Gold Nuggets zufällig im System, auch perfekt. Drei, vier, fünf. Ja, da hast du noch ein paar da. Cluster und Staub müssen wir wieder herstellen. So, wo gehe ich jetzt gebrochene Knochen her? Ne, ich brauche gebrochene Knochen, komm mal her. Ah, das ist ja logisch. Das ist einfach alles an ihm aus. Man braucht ja nur vier Knochen und ein Schwarzpulver. Das ist ja easy. Scheiße. Das macht voll Sinn, ne? Ja, das ist ja. Dass man aus vier Knochen und Schwarzpulver stellt man einen gebrochenen Knochen her, aber ganz schön ineffizient. Das mache ich ohne Schwarzpulver, mit nur einem. Schlimm, schlimm. Warum funktioniert unsere Smetri nicht mehr? Weiß ich nicht. Die haben wir schon ewig nicht mehr benutzt. Die hat eigentlich immer wunderbar funktioniert, wenn ich sie gebraucht habe. Es dreht sich alles schön, oder? Es dreht sich alles schön, das ist doch toll. Wie, es dreht sich alles schön? Ja, wenn du dir die Bauchstände so anguckst, da. Also, das stimmt, ja. Seht schon wieder, ich kann meine Zinscheln nicht benutzen. Bei mir läuft alles super. Boah, wir haben schon wieder 80.000 von meinem Leben verbraucht, ne? Ist das viel? Du bist in der Zeit über 100 Mal gestorben. Geil. Ja, das kann ich. Ich kann das. Nicht. Geht das schnell mit dem Blutob nicht, oder was muss ich da schon wieder rein tun? Hier, das ist ja Blutob ist mein Meisterster. Schnee. Vielleicht hätte er auch noch nicht funktioniert, weil er mich noch nicht an mich geboten war, weil ich ihn noch nicht benutzt hatte. Das kann natürlich auch sein. Wen kann das sein? Ja. Wenn ich die Blutobst noch nicht benutzt habe, dass sie dann nicht funktionieren? Ja. Na ja, dann ärgst du daran. Wann ja auch nicht an mein System geboten waren. Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Ist nur dezent warm. Zu schlimm? Der Rechner heizt irgendwie alles auf. Ah, okay. Ja, meiner, teilweise wird er plötzlich warm und dann läuft er wieder ganz normal. Also ich weiß nicht, was es ist, was ihn dann plötzlich anfängt, zu viel zu kosten. Aber es kommt halt aus dem Nichts. Und geht auch einfach wieder. Ich meine, man läuft und neu startet, dann geht es auch. aber der ist jetzt halt seit zwei Wochen an. Ja. Können wir den ausmachen, zwischendurch muss man aber nicht. Das ist dann immer ein bisschen komisch. Das weiß ich dann irgendwie auch nie, warum da plötzlich von jetzt auf gleich dann warm wird. Also doch Wasserkühlung. Ach, Wasserkühlung wird übergewertet. Doch, wieder. So. So, dann kriegen wir da fünf davon. Dann muss ich... Äh... Was will ich eigentlich gerade machen? Ach, in der Runenplatte wollte ich, ne? Fünf Ton. Was? Nix, nix. Füllte Tafel, füllte Tafel. Konzentriert der Katalysator. So. Eins, zwei, drei. Wollen wir euch dafür? Dann brauche ich hier auch noch genauso viele... Wie viele sind das? Dämonische Runden, ne? Klaustern-Staub einfach nur Klaustern aufbauen und abbauen? Troll. Ach, ne. Jetzt haben wir nicht mehr genug gefüllte Tafeln. Ich drehe am Rad, ey. Doch, für mich reicht's noch. Oh. Aber so können wir mal neue Tafeln in... ...im Auftrag geben. Ich nehme mal die verstärkten Tafeln. Davon haben wir noch mehr als genug. Wollen wir mal auch mit dem System? Okay, also Klaustern-Staub bekommt man hier nicht, indem man einfach Klaustern abbaut. Da kommt... Doch, bekommt man... Es kommt Glas mit raus. Interessant. Du brauchst auch Glas zu beachten. Aber das... Ja, gut, okay. Aber dann nur hier in dem Mod-Pack so. Ja. Da mach ich gleich mal ein bisschen mehr. Ich brauch gerade mal wieder 220.000 Blut. Ne, noch mehr. Ich brauch viel mehr Blut. Habe ich 220.000 gesagt? Ich meinte, ich brauch natürlich... Ernst ehrlich sagen. Sprich dich aus, Rather. Was willst du sagen? Also, 290.000 Blut. Ich weiß, was du sagen wolltest, dass die Folge vorbei ist. Deswegen, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu deiner neuen Folge Minecraft Obscurity mit Ravelmoon und Link. Und jeder Menge Blut. Jeder Menge Blut. Bestätige. Auch 290.000. Das ist viel. Rechnet bitte aus, wie viele das sind. Ein Ender... Ein Villager gibt 2.000. Ich brauche 290. Wie viele schon wünscht, dann muss ich töten und dann bitte... Viel. Sind wir uns einig? Ja. Oh, sind da ruhige Platten fertig geworden da oben? Ja, 6 Stück sind fertig geworden. Ich brauche leider 10. Oder? Das Quiz... Na, gucken. Den brauche ich, na. Toll. Ich hätte es nicht geahnt. So, das müsste jetzt das da sein. Genau. Und dann muss ich jetzt noch... Das erstellen. Dann brauchen wir noch Goldnuggets. Ah, ich schlachte ein paar Villager, sonst geht der Blutalter da oben leer. Und gleichzeitig auch noch ein bisschen Blut in mein System rein, sonst kannst du da irgendwo nicht mal grafen. Oder ich sterbe dabei. Das ist beides irgendwie doof. Fände ich aber trotzdem irgendwie witzig. Tut mir leid, ist so. Ich würde es einfach witzig finden. Glaubt ihr das? Auf einmal... Warum bin ich jetzt tot? Das wäre... Oh, ist jetzt... Mein Trinken ist leer. Das ist jetzt schlecht. Ich nehme auch doof, ich trinke mal raus. Ja, super. Ich danke dir. Wobei... Oh, oh, oh. Ich wollte den eigentlich morgen für den Stream aufheben. Egal, egal, egal. Meine liebe Muse, ich weiß nicht, ob du dieses Let's Play verfolgst. Ich glaube nicht, dass du das Let's Play anguckst. Wenn doch... Ich mache jetzt dein Energy auf. Ich habe heute ein Survival-Paket bekommen, ja. Das ist voll cool. Machst du auf. Da ist er. Ja, aber was ist das? Energy. Ja, aber was für ein? Äh, was hat sie mir geschickt? Super Sour Blue Raspberry. Von Rockstar. Geht. Oh, mir läuft das Wasser gerade schon im Mund zusammen. Huah. Hier ist dein Energy, dann kannst du gleich gar nicht schlafen mehr. Äh, ich gehe vor vier ohnehin nicht ins Bett. Aha, was machst du gleich noch? Äh, ich werde jetzt dann nochmal eine Runde in Tarirfarmen gehen und dann die Fraktale machen. Die Daily. Ja, und du hast keinen Plan, wenn du es nicht rede. Geht was? Klar, geht was. Was sonst? Ich habe auch mal Guild Wars gespielt in der Weile. Ja, du hast zwei halt. Ich liebe das Spiel. Ich brauchte mal Abwechslung vom WoW, aber ich habe es nicht lange gemacht. Oh, ich werde mich noch ein Weilchen auf dem Teamspeak zu meiner BVW-Gilde setzen. Dann passt das. So, jetzt haben wir das dann gleich fertig. Ich bin immer noch bei den Brudenplatten. Ich habe sechs von zehn. Ich brauche erfüllte Tafeln, aber ich habe keine mehr. Ja, die stelle ich gerade her. Boah, ich habe das in Kopfhörst gerechnet. Ich bin stolz auf mich. Ach ja, Blut ins Bett. Das sei an, Kopfhörst gerechnet, weil es schon gestimmt hat. Das wird jetzt nicht stimmen. Ich habe es im Kopf ausgelegt, das kann nicht stimmen. Was machst du, Link? Wird das tötend. Wie begeistert sich Link anhört, ne? Der hat sicherlich auch gerade voll die schöne Aufgabe. Ja, wir haben alle schöne Aufgaben. Das ist ja super hier. Hat man ihn richtig angehört, wie begeistert er war. So, können wir ja hier schon mal gucken. Was fehlt jetzt hier mittlerweile? Glowstone, ne? Finde ich hier nicht diese Regenerationsteuche. Ich könnte nie genug Blut durchhaben, ey. Wir hätten zusammenarbeiten müssen mit Botania. Dann hättest du hier weiter mit Blutspenden können, oder was? Ja. Ja, gleich sind die ersten 100.000 von 290.000 voll. Yay. Ach so scheiße. Das heißt, du opferst jetzt den ganzen Set Blut von dir selbst? Auch. Also ich hau Blut in mein System, damit wir hier craften können. Und ich schütte da oben die Villager, um neue Tafeln herzustellen. Geil. Ich muss fünf Uhr drücken. Ja, ich bin immer dran, klar von den Blöcken. Ja, dann muss ich das machen. Kann ich nicht die 100.000 aus meinem System auch da reinpacken? Oh, der hat mich gerade fast erschrocken, ey. Ohne Scheiß. Warum produzierst du eigentlich eins drunter? Keine Katalysatoren mehr. Schmeiß ich da gleich dann nochmal welche rein? Na ja, Problem daran ist, wir bräuchten wieder Zucker. Ja, da müsste ja was gewachsen sein, schätze ich mal. Oh, so viel dürfte da nicht gewachsen sein jetzt in der Zeit. Ich guck mal. Ich guck mal. Mal gucken. Ich guck mal. Aber jetzt war ich eigentlich tot. Na, okay. Kein einziger der drei hoch ist. Wir müssen ja doch ein ... Wir müssen ja doch ein Master Stein machen, damit er ... ... ... Wenn du mein Zittel benutzen kannst, kannst du da eigenes Blut spenden und dann... Wieso soll ich mein eigenes Blut spenden? Mach ich hier die ganze Zeit hier. Hier, bloß hier, wenn du hier hinten bei mir bist, dann ist er direkt wieder aufgefüllt. Ja, aber warum soll's weg? Da zu kriegen. Ist dein...deine Quest. Machst du hier, Link? Geheilt der... Geheilt der... Geheilt der... Geheilt der... Geheilt der... Was? Ich hab noch zwei Wurzel vor mir. Auf Leben. Ausbeutung von Praktikanten. Ohne Scheiß. Hier ist mein Praktikant. Ja. So. Ich? Doch, wenn du was sagst, glaub ich das. Du machst Geräusche. Ich? Ja. Das sind Geräusche. Fliegende Geräusche. Nee, das ist... Link. Link. Hm. Du hattest Geräusche gemacht. Ich weiß. Ich gehe weiter unterdrücken. Wie begeistert er klingt, ne? Der klingt, als würde ich einschlafen. Das ist so... Weißt du... Jeder ist total begeistert, ne? So... Immer das Gleiche... Und wer ist schuld? Aber das haben solche Respecs am Ende immer alle gemeinsam. Die sind... Am Ende sind diese Aufgaben, die einfach ewig dauern. Hm. Hm. Ja, klar. Man hat sich am Anfang die... Ich bin schon seit Wochen. Hm? Ich bin schon seit Wochen an diesem einen Erzblock. Nee, das kann nicht sein. Du hast ja zwischendurch auch andere Sachen gemacht. Nein. Ja, aber immer zwischendurch, was gecraftet ist, dann wird er gewartet, bis irgendwas da ist. Hm. Ja, ich find's per se nicht schlecht, aber ich muss halt wirklich gestehen, ich find's ein bisschen viel. Das zieht sich halt... Der hat draufgeklickt aus Versehen mit der rechten Hand. Das heißt? Ja, das ist jetzt das ganze Blut. Warum sonst? Oh. Also, ich find das an sich nicht schlecht, aber wie von diesen Verlängerungskatalysatoren. Es dauert halt schon ewig, fünf davon herzustellen. Dann brauchst du als nächstes fünf bessere Verlängerungskatalysatoren, die aus fünf der vorherigen bestehen. Das heißt, du musst noch mal fünf machen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, falls du mal irgendwann mal wieder Questbox machst, äh... darf vielleicht ein bisschen netter sein. Ich könnte sowieso nicht an Ostrad machen, weil ich die Quest jetzt fertig machen muss. Ja, trotzdem. Trotzdem. Das ist ein bisschen arg in die Länge gezogen. So, damit haben wir das. Minimal. Ja. Das da. So. Ich hab grad fast 200.000 Blut verschwindet. Yay. Wow. Und das kann man so einfach loswerden versehentlich? Ja, ich hab richtig drauf gemacht. Und dann ist es weg. Dann nimmst du die Dinger da raus und dann, äh... die Ladung, die sie bis dahin weg, wenn sie fertig ist. Wow. Ja. Da machst du nix dran. Ne. Da mach ich sie nix. Da steck sie nicht drin. So, jetzt, wenn ich das habe, brauche ich einen Aquase-Gedöns-Dings. Das heißt, ich brauche jetzt fünfmal... Also 15... Ne. Warte mal, was? Was? Oh, Helle. Oh, Gott. Ähm, Wasserflaschen... Wie... Wie heißen die schon? Fläschchen, oder? Wie heißen denn die? Doch, da. Eine Flasche. Eine Glasflasche. Ja. Müssen wir doch im ME haben. Da, hier. Ich brauche drei. Und das mal fünf. Bis 15. Ja. Das war gar nicht mal so schwer. Verlängerungs-Gedöns-Dings. Drei. Nur fünf. Genau. 15 Wasserflaschen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz hin zu mir. Ah, diese Tür hier. Und mach 15 Wasserflaschen voll. Dann gehe ich wieder zurück, oder? Gucken, ob das fertig ist. Das ist fertig. Dann brauchen wir fünf einfache Katalysatoren und fünf Tintenbeutel. Immerhin müssen wir jetzt nicht mal in einen Tintenbeutel kommen. Gott sei Dank. Stell dir das mal vor. Ach, ich war jetzt nochmal mit dem konzentrierten Katalysator. Da brauche ich doch die Knochen für, ne? Wie brauche ich? Weiß nicht. Fünf. Ich habe nur noch drei Knochen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Knochen. Oh, yummy. Das schmeckt gut. Außerdem, Energy ist bei mir sowieso Jacke wie Hose. Ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, Energy zu trinken und später dann ins Bett zu gehen. Interessanterweise saugt dieses Aquasalus nicht nur das Wasser auf, das frisst die ganze Flasche. Richtig. Aber es geht ziemlich schnell. Wieso frisst das ganze Flaschen? Weil... Ausgerunden, nicht wahr? Ja. Geil. Ich habe mir das gerade vor wie der Staub so nom 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 nom. Ja, ich habe eine bessere Idee. Der Tint... Diese Tinte, die wir da haben, ist extrem säurehaltig und frisst das auf. Auch irgendwie möglich, ja. Mhm. So. Packen wir da rein, das packen wir da rein, das packen wir da rein. Ja. Braucht ich da noch was für den gestärkt konzentrierten Katalysator? Die Goldenagets, da war ja was. Die Goldenagets. Die Goldenagets. Die Goldenagets. Boah, ernst. Was passiert schon wieder? Ich habe... Ich habe gerade den nächsten Katalysatoren angeguckt. Das ist der gleiche Scheiß, nur mit einer einzigen Zutat, die anders ist. Ach ja. Du brauchst ja da mal eben statt Redstone Glowstone. Aber sonst ist alles gleich. Alles. Oh, leee. Naja, jetzt weiß ich ja wie sie geht. Ist schön, ne? Mhm. Ach ja. Aber es wird ja nicht langweilig, weil immer wenn man zwischendurch, wo man warten muss, kann man Blut spenden. Also wenn man die Orbs hat und das Schwert und alles. Ich habe einen Ritualstein gesetzt, verdammt. So. Mach ja nichts. Okay, dann kann ich ja jetzt schon mal alles vorbereiten. Ich brauche auf alle Fälle zigtausende von diesen Standardbindemitteln. Und zwar genau 10. 10 Standardbindemittel bestehen aus 10 Crystallos. 10 Crystallos bestehen aus 20 Eisblöcken. 20 Eisblöcke muss ich erst mal herstellen. Kann ich Eis wirklich nur über diesen Brewing Stand machen? Ich kann ja eigentlich ganz schnell werden. Wie bitte? Das kann ja ganz schnell werden. Ich habe die Quest fertig. Ich weiß es wirklich. Nice. Das heißt, ich kann mit etwas anderem weitermachen? Ah, jetzt muss ich... Haben wir Blitzrouten? Bitte nichts. Haben wir. Ich brauche verbessertes Füllmittel. Willst du mich verarschen, Link? Ja. Ich brauche verbessertes Füllmittel. Willst du mich verarschen, Link? Ja. Ach, habe ich beides noch da. Das ist ja gut. Fassallos und Magicals, bitteschön. Ja, erstmal Schneebälle machen. Schneebälle, Weißkelde. Gut, da könnte ich theoretisch ja auch einfach Schneeblöcke abbauen, oder? Aber egal, ich mache es jetzt zu. Ach ja, im Übrigen, Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.